Das Wochenende ist gerade rum und es wird Zeit, dass wir wieder auf die Märkte gucken. Amerika hat gerade eröffnet, so die ersten echten Daten heute vom Tag haben wir also und die sind, sagen wir mal, einigermaßen langweilig. Warum das denn? Na gut, der Markt hat sich noch nicht so richtig entschieden, hier loszurennen, weder nach unten, was ich mir immer noch wünsche, was eigentlich das sinnvollere und bessere Bild wäre, dass der Dow Jones hier einfach nochmal einmal reinläuft, hier in dieses Quadrat und je länger es hier nach rechts verschiebt, ja, muss ich natürlich auch den nach rechts verschieben, dann wäre ich aber einigermaßen glücklich, weil dann hätten wir hier eine schöne Korrektur und anschließend dann den schönen Fortlauf nach oben. Das wäre das wunderschönste, das typische Bild, was ich ganz gerne mag, eigentlich für den eigenen Handel. Also, das mal im Hinterkopf behalten, eine Geschichte, die wir immer wieder auf dem Plan haben. Wir haben sogar hier den einen oder anderen Hinweis nochmal in Bornbar, tatsächlich Randstein, ich will das hier jetzt nicht so sehr erwähnen, vielleicht schaffe ich das noch als Trade des Tages, wenn nicht, aber dann für all diejenigen, die im Born for Trading drin sind, die kriegen die Infos ja sowieso dann immer auch aufs Smartphone geschickt, also im Zweifelsfall das nochmal ausprobieren, einfach anmelden, da kann man das mal sehen, wenn ihr nicht sowieso schon mit dabei seid. So, also, die Erwartungshaltung ist aus meiner Sicht erst nochmal nach unten, ja, wieso kommt er denn da drauf, das ist doch eigentlich ein toller Bullenmarkt. Ja, tatsächlich, alles klar, ich bin auch weiter bullisch, das ist gar nicht gesagt, dass ich jetzt negativ drin bin, ich habe nur gerne zwischendurch Erholungsphasen, ja, beim Marathon laufe ich zwar auch nicht gerne zurück, aber mal langsamer, vorsichtig, ich bin kein Marathonläufer, aber etwas langsamer, mal Päuschen machen zwischendurch, tut gut, und an der Börse sieht eben eine Pause seitwärts, ja, aber gerne auch leicht nach unten wieder hängend aus, leicht hängend, also dementsprechend lieber die Oberseite dieser Kiste, nicht so sehr die Unterseite, und je länger das hier so zur Seite geht, desto eher vermute ich, dass wir vielleicht eher sogar nur bis an den oberen Rand rankommen. Leider ist es nicht sicher, ob es passiert, das allerdings würde für mich mein Kaufinteresse extrem wieder anheizen, wenn das Ganze möglichst wackelig runterkommt, dann umso mehr, denkt an Trigger, sprich ABC-Kiste auf der Oberseite, das wäre super. Müssen wir also jetzt zwingend damit rechnen, dass es runtergeht? Wir können ja mal im Kurzen gucken, und da ist es noch nicht jetzt im Moment nach Abwärts so sehr stimmig, allerdings auch nicht mehr so richtig nach Aufwärts, also das ist alles so eine Hängepartie, und der Markt scheint da noch nicht richtig losgetreten zu sein. S&P ist, was das angeht, relativ ähnlich, auch hier würde ich sagen, dann kommen halt noch mal einmal runter, kommen hier rein in den Bereich ungefähr 4.350, ungefähr 4.340, das ist kein Must-Have, aber das sind so Orientierungs-, also das ist die Oberseite sozusagen dieses Quadrates, streng genommen ist es so um die 38, was haben wir gesagt, 38 bis 61, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, also ganz grob würde ich das jetzt hier mal veranschlagen als einen möglichen Zielbereich und anschließend dann nach oben, wobei ich im Moment eher von der Oberseite ausgehe, ich glaube gar nicht, dass er so tief runter muss, aber was ich glaube, spielt eigentlich gar keine Rolle, das werden wir im Markt sehen, ob er das eine oder das andere Szenario dann tatsächlich davon umsetzt. Das allerdings würde mich dann wieder sehr motivieren, auch auf die Long-Seite mit drüber zu gehen, denn im Moment lässt sich hier zumindest im Großen noch nichts ab, oder zeichnet sich noch nichts ab, es lässt sich noch nichts erkennen, wenn es beispielsweise in so einer ABC-Bewegung, das wäre wieder so ein klassischer Trigger. Apropos Trigger, ich hatte vor kurzem den DAX in diesem Zusammenhang mal erwähnt und gesagt, unter Umständen geht das hier schon weiter und jemand hat die berechtigte Frage gestellt, wie kann das denn sein, beim S&P gehst du noch eher davon aus, dass es nach unten geht und hier sagst du schon nach oben, das ist doch nicht sehr wahrscheinlich. Das stimmt schon, dass die nicht zwangsweise gleich laufen müssen, auch wenn sie nicht 100% synchronisiert sind, aber es ist der Fall, dass wenn er gelaufen wäre, hätten wir hier relativ viel gewonnen, im Gegensatz zu dem, was wir relativ wenig im Risiko standen. Wäre der Markt also jetzt doch gelaufen und ich hätte mich einfach beim S&P vertan, dann hätte ich hier das schönere Szenario für mich nutzen können, aber das weniger schöne Szenario, was jetzt sehr eingetreten ist, also der Markt ist ja noch nicht wirklich unterwegs nach oben, das ist wesentlich kostengünstiger, das heißt, ich habe hier eine Chance, Risikorelation von vielleicht 2 zu 1, 3 zu 1, manchmal 4 zu 1, also das kann durchaus große Unterschiede eben machen und dann durchaus sinnvoll sein, auch wenn man sagt, aber wie wahrscheinlich ist das? Naja, selbst wenn es nicht super wahrscheinlich ist, wenn ich einen Shorty reinlege beim S&P und dort ein 2 zu 1 Verhältnis habe, verliere ich hier, gewinne aber beim S&P, wenn ich hier mit dem Long aber tatsächlich landen kann, dann verliere ich vielleicht beim S&P, dann habe ich da einen verloren, hier aber dann zwei oder vielleicht auch drei oder je nachdem, wie die Chance, Risikorelation ist, gewonnen. Also das ist der Gedankengang dahinter, nicht die Aussage, das passiert jetzt auf jeden Fall, das ist etwas, das viele Marktteilnehmer aus meiner Sicht nicht richtig auffassen, weil man häufig denkt, ja, aber ich muss doch genau wissen, was als nächstes passiert. Wir alle haben keine Ahnung, auch ich, der hier immer die klugen Reden schwingt und so tut, als ob er Ahnung hat, auch ich weiß nicht, was passiert, keine Ahnung. Woher sollen wir das denn wissen, was als nächstes auf der Welt los ist? Wir können allerdings abschätzen, welches dieser Szenarien lohnt sich von der Umsetzung noch einfach vom Wahrscheinlichkeitsbild bzw. den Chance-Risikorelationen und das nimmt man dann mit und freut sich, dass dann nicht beim nächsten Trade, aber bei den nächsten 10 Trades in der Summe ein bisschen was übrig bleibt, ob das dann viel ist, ob das wenig ist, aber tendenziell eben ein Überschuss dann übrig bleibt, wenn man mehrere dieser Trades dann ansetzt. So, das hat sich aber ja beim DAX erledigt. Die Grobidee war im Prinzip das, ABC runter und dann läuft das weiter. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Wir haben jetzt eine fortgesetzte Korrektur. Das beißt sich grundsätzlich noch nicht mit unserer Aufwärtsidee, sondern passt eigentlich hervorragend mit einer Ausnahme, dass der Kurs also auch hier eher wohl nochmal diesen kleinen Schwenker nach unten machen muss und das ist wieder 100% in Sync mit dem, was wir ja beim DAO und beim S&P eben angesprochen haben, dass er erst dann doch nochmal einmal ein wenig tiefer kommt. Stichwort auch hier natürlich die Fibonaccis, die man da ins Kalkül mitziehen kann. Das heißt so irgendwie Zone 38, 20 bis 61, 8. Das kann, hier oben hätte das theoretisch schon gereicht, deshalb war ich beim DAX gar nicht so negativ drauf, aber es kann natürlich sein und es sieht ja im Moment eher danach aus, als ob wir diesen Umweg da doch nochmal brauchen, um dann erst nach oben zu gehen. Nichtsdestotrotz seht ihr schon, dass ich vorläufig eigentlich eher bullisch bin, wenn auch mit ein bisschen angezogener Handbremse, weil ich beim DAX dieses Szenario nicht als das einzig wahre und das, was ganz sicher kommt, aber das kann ich noch nicht ganz von der Hand weisen, dass das passiert. Das wäre noch sehr, sehr typisch, aber vorläufig überhaupt nicht sorgenvoll, denn aus meiner Sicht, aus aktueller Lage nach unten wegzubrechen, ist nicht unmöglich, aber nicht das typischste Bild und insbesondere, wenn der Kurs ja hier einen Dreh macht, nach oben schub, wackele ich nach unten, dann ist es ja sowieso völlig unkritisch, dann sind wir ja wieder auf dem Long-Trichter. Das sind wir aktuell noch nicht, denn da ist die Abwärtsseite noch relativ stark und der Index wackelt hier jetzt relativ ABC-mäßig nach oben. Manch einer käme vielleicht noch auf die Idee zu sagen, na, ABC, hat er doch gesagt, ist korrektiv, wenn das die relativ scharfe Bewegung, das die korrektive Bewegung ist, wäre ein Bruch dieser Zwischenmarke, und genauso sehe ich das typischerweise, eine Fortsetzung durchaus wert, sprich, dass wir das, was wir vorne haben, hier hinten nochmal bekommen. Also, ein möglicher Short-Entry ist das Zwischentief von, wann ist das? Das ist das Tief von 1445 am heutigen 2. August. Das wäre etwas mit einer klassischen, einfachen Zielvariante, 1 zu 1 Projektion, die ungefähr, wo ist das, 15.426 hier eben noch erreicht. Aber natürlich erst, wenn wir das Ganze nach unten triggern, denn wenn der Kurs das nicht triggert, wenn er nach oben geht, ja gut, wenn er eh nach oben geht, wird er auch das nicht erreichen. Schönerweise uns aber auch hier typischerweise wohl eher nicht mehr triggern. Also, ihr seht, das Ganze ist kompliziert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Muster dahinter immer wieder die gleichen. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen eine Idee gebracht hat, wie wir auf die Märkte gucken. Vielleicht bringt euch das was für eure eigenen Handelsüberlegungen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.